Ich würde Danke sagen, Freunde, für 50 Abonnenten, über 50 Abonnenten sogar. Vielen Dank, Freunde. Ich hätte damals echt nicht damit gerechnet, dass überhaupt jemand mich abonniert oder überhaupt Klicks auf meinen Kanal sind. Jetzt habe ich sogar ein paar Fans, ja. Ich bin stolz drauf. Ich danke wirklich jeden Fans, Supporter und so weiter. Ich danke sogar auch den Neidern, Freunde. Danke, dass ihr auch meine Videos indirekt rum und her schiebt und so weiter. An Freunde, Bekannte, euch über mich lustig macht. Es ist mir im Prinzip egal. Ich ziehe mein Ding durch. Zieht auch euer Ding durch. Scheiß doch jeder, scheiß doch alles. Macht einfach aus, ihr wollt, Freunde. Peace out. Danke für 50 Abonnenten. Es geht natürlich weiter. Ab 100.000 gibt es... Ich bin noch weiter. Nein, Freunde. Ab 100 Abonnenten gibt es einen kleinen Special für euch. Wenn ihr wollt, Gewinnspiel, wie auch immer. Wie ihr mögt. Doggy Dradale sagt Ciao. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.